Äh, war das da vorhin auch schon? Was ist immer das hieß? Eine Schalter und... Jetzt haben wir Alarm ausgelöst. Ah! Okay! Warum sagt ihr das nicht vorher? Das ist ein Onkel-Buben-Syn. See what? Nein. Äh, 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 äh. Äh, 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 ä Ach, du Scheiße. Sämtliche Kommentare verkneife ich mir jetzt noch überhaken, ums Aussehen. Was zur Hölle ist das? Wind. Ja, super. Also. Nein, ich kress. Klaus. Sylph. Amber. Moment mal, Moment mal. Ich hab noch gar nicht geguckt, welchen neuen Spruch Mint erlernt hat. Doch. Recover. Recover. Ein fett Giftparalyse und Versteilung von einem Verbündeten. Wow. Komm mal, mal Silence auf diesen kleinen... Cyclone. Was ist das? Lightning Tiger Thrust. Still. Er bräuchte meinen Attacken aus, oder wie? Silence. Rakete? War... Thunder Blade. Gnome ist das merkwürdigste Vieh, was ich gesehen habe. Undeam. Irgendwie können wir ihm keinen Schaden machen. Fireball! Du stinkt hier. Hör mir aufs Maul, Efreet. Was wahrscheinlich auch nicht geht. Wieso hat er sich in Raketen verwandelt? Was zur Hölle? Schaden bekommst du auch keinen mehr. Super. Amber, Amber, Amber. Kannst du Truckter Beam? Auf diesen kleinen... ...Wat-doch-immer machen? Truckter Beam! Näh. Ist am Boden festgekettet. Zyklon. Du schon am Kasten. Cyclone! Darf nicht in seine Nähe gehen. Dann macht er wieder diese Raketen mal wie. Raketen sind böse. Krästen ist jetzt gerade so was von nutzlos. Hm. Jetzt geht er wieder... ...in Schaufler-Mode. Ich bräuchte sowas wie Erdbeben. Jetzt kommen wieder diese Raketen. Zyklon. Oh, genau. Du bist keine Rakete. Du bist... ...irgendwas komisches. Aber keine Rakete. Hör auf, Schaufschau zu machen. Vielleicht hilft das ja gegen seinen Raketen. ...Krätismus. Tch. Näh, Ba. Du musst Zyklon machen. Zyklon. Vater. Alles weg, was nicht Wind ist. Klaus, du auch. Ja, deswegen mache ich Sylph weg. Ein spannender Kampf, in dem Cress nichts machen kann. Muss er sowieso nicht mehr. Ja, also von daher. Tschüss, Gnome. Du bist merkwürdig. Fast zur Hölle, war das? Verdammt echt. Es wird eine Zeit für einen Putsch. Hast du den Rubin? Ich brauche dir gleich mit deiner Schaufel sowas von über. Ich ersuche dich. Großer Elementargeist der Erde. Der du gar nicht so groß bist. Und irgendwelche komischen Sachen gerade mit deinem Körper machst. Im Zeichen dieses Ringes vor mich ein Pack mit dir. Mein Name ist Klaus. Hier, nimm Gnome. Nimm dieses Vieh, ich will es nicht mehr sehen. Es hat mein Leben zerstört. So. Und Leon ist das Auge ausgeschlagen. Ja, Gnome beschwören. Weg damit. Na, jetzt haben wir alle vier. Das ist ein magisches Buch. Amberlands Glaive. Was doch immer das tut. Was? Dann kriegst du deine ganzen Auge hin wieder. Äh, erbasierender Angriffszauber, der einen steinenden Speer entfesselt. Huuu. Huuu. Falsche. So, du kriegst auch deine Sachen wieder zurück. Wachan. Ja. So, jetzt haben wir alle vier Geister. Also ab, zurück zu den Minen von Morlia. Die Minen von Morlia. Hm. Ich hoffe, diese Gnome sind jetzt weg. Diese Gnome-Imitate. Diese komischen Zwerge. Ja, sind abgehauen. Weil ihr Oberzwerge nicht mehr da ist. Ich versuche ja gerade was zu verkneifen, aber... Naja. Kleiferbär, wieso kommst du? Ich glaube, das ist eigentlich nicht genau richtig. Klaus, äh, hau Rom. Rom, ja. Gnome raus. Hau Rom raus. Die Kress einfach nicht getroffen wird. Raketen! Überlebe den Headshot! Ja. Mit einer Workpicture. Fliegen, fliegen wir zum Mond! Zu Silberund und der Viala. Ja, die Namen der Monde habe ich mir gemerkt. Hm. Ist doch ganz einfach. Hau Rom, ich haße dich. Geil. Wir gehen jetzt wieder nach Blasen und dann machen wir erstmal ein bisschen ein kleines... Äh, gibt's da überhaupt ein Inn? Egal, hau es mit Eruption. Nein, stopp! Nicht Eruption! Stopp, Amber! Du kannst deine... Glaive. Ah, ich wäre auf dem Boden. Flutsch aufgespießt. Hahaha. Wie das ausgesehen hat. Ihr Fidt bombardiert Klaus mit Feuerbällen. Ihr Fidt möchte wohl nicht länger dein beschworenes Vieh sein. Ne, Klaus? So, gab es hier eine I, ne? Ah, Inn. Inn. Du warst keine Inn. Du warst der Schoppe. Du bist ein böser Junge, der mich an andere böse Jungen erinnert. Wuh! Orange. Wuh! Okay. Ups, da hat Chicken ja was übersehen. Ich darf mich auch in deinem Bett ausruhen, ne, Bürgermeister? Ja. Jetzt schlafen wir zu viert in einem Bett. Nein. Min schläft in einem Bett. Die anderen müssen nur auf dem Boden schlafen. Aber was ich machen könnte. Items. Ja, wir haben ja noch so ein paar Fragezeichen-Gegenstände. Äh. Wo ist jetzt meine Rune? Magische Rune. Ich will immer noch das Käse verwandeln. Vielleicht bekomme ich ja super Käse. Blitz-Axt. Lavor-Iones. Hochglanz-Magazin. Was zur Hölle? Eine Axt. Angefüllt von der elementaren Macht des Blitzes. Sieht ein bisschen kaputt aus. Blitz. Kann ich nicht Blitz-Dingsen? Das ist eigentlich das Apfel-Gel hervorgehoben. Fähnen wir das mal. Citrus-Gel. Wow. Okay. Kann ich das auch mit Orange-Gel machen? Orange-Gel. Lavendel haben wir ja noch. Stärke. Aber ich habe nur noch eins von diesen... Das ist mit Blut geschrieben. Kann ich das nicht mehr verändern. Aber ich habe doch zwei davon. Zwei. Das ist mehr als eins. Mehr als ich brauche. Ich gehe. Orange-Gel. Ananas-Gel. 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 Jetzt glaube ich jetzt nur 3000 Sachen wieder hochscrollen, bis ich mal auf Neu klicken kann. Aber es ist schon ein Ananas-Gel. 60% der Maximaltyp. Ich will es kaufen. Ananas-Gel. Was zur Eile. Egal. Die Minen von Morlia erwarten uns. Wo es dann wieder hingeht. Moment. Das ist der längere Weg. Hier steht auch dran. Nehmt euch von dem Pfad im Norden in Acht. Das heißt, auf Deutsch übersetzt, das ist der längere Weg. Ja, Käferbär stirbt. Reising Felix. Blub, blub. Der Horror hat es überlebt. Horror, ich töte dich. Horror, ich töte dich. Flutsch. Feuerball. Es reicht, Ifrit. Wenn der Gegner tot ist, bitte abbrechen. Du musst nicht zeigen, was für ein Obermeer-Krasser-Superlord du bist. Wir glauben dir das auch so. Nein, eigentlich nicht. Luna ist die Beste. Sie ist der stärkste Elementargeist da. Ah, wie wir ja schon erfahren haben. Ich bleib an einem Stein hängen. Ein Stein. Kill Wolf. Okay, wir killen die Wolfe. Stirb Wolf. Stirb Wolf. Stirb doch. Stirb einfach nur. So, und stirb. Ist ein Tod. Wie konnte das passieren? Ups. Da hab ich wohl irgendwas... kaputt gemacht. Kommt, passieren. Können? Und soll das passieren? Ja.